Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video und zwar heute sprechen wir über Munition. Munition in Patch 12.12 sind ein paar neue Sachen dazugekommen, ein bisschen was hat sich verändert und da sprechen wir jetzt drüber. Ich benutze hierfür die No Food After Midnight Ammo Chart und die habe ich euch auch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr also selber nochmal nachschauen und euch selber darüber Gedanken machen, wieso ist jetzt diese Munition besser als die andere. Gleich mal vorweg, bevor wir überhaupt anfangen, bei Munition kommt es hauptsächlich darauf an, wie viel Penetration sie hat. Und der Schaden an einer Munition ist erstmal nur zweitrangig. Bis zu einem gewissen Punkt, was die Penetration angeht, dann kommt es darauf an, wie viel Schaden macht eine Munition. Das werden wir aber später mal in ein paar Beispielen erläutern. Aber so ist immer die Grundregel, denn erstmal wollen wir durch die Ammo durchkommen. Wir machen nicht immer Headshots, unser Gegner kann Face Shields aufhaben etc. pp. Und wichtig ist, dass wir durch seine Ammo durchkommen, dass wir den größten Teil seines Körpers treffen können. Des Weiteren wird in dem Video von Legmeter die Rede sein. Legmeter ist eher ein Witzbegriff, um ehrlich zu sein. Denn Legmeter beschreibt das, wenn man Leuten auf ungepanzerte Körperteile schießt. Das heißt auf Füße oder auf Arme. Das kann eben zu extremen Problemen kommen im Raid. Wenn er hinter einer Kiste steht oder sowas, könnte er eben schon nicht mehr auf seine Füße schießen. Wenn er nur aus einer Seite rauspiekt, ist es ganz sehr schwer, den Arm zu treffen. Und deswegen ist Legmeter eigentlich eher so ein Meme-Ding. Aber manche von euch haben da vielleicht doch drauf Lust. Und deswegen sprechen wir da auch drüber, damit ihr wisst, mit welcher Ammo ihr worauf zielen müsst. Wir reden jetzt aber nicht weiter und schauen uns jetzt die Sets der jeweiligen Ammos an. Und ich gebe euch da ein bisschen Empfehlung, was denn gespielt werden muss. Gleich vorweg, wir werden nicht jede Ammo behandeln, sondern wir werden uns um eine Budget-Amo kümmern, um eine Legmeter-Amo. Und dann kümmern wir uns um die Meta-Amos, die ihr spielen solltet, wenn ihr denn das Maximale aus euch rausholen wollt. Davon gehe ich nämlich aus, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Und deswegen starten wir jetzt rein und reden nicht weiter. Wir fangen an mit 12-Gauge-Shotguns. Und 12-Gauge-Shotguns gibt es zwei verschiedene Arten von Munition. Einmal gibt es die Munition mit den Pellets oder Darts eben, wo aus einem Schuss dann eben 8 oder sowas rauskommen. Und dann gibt es noch die Slug-Munition, die eben ein großes Bündel verschießt, das dann den Schaden einrichtet. Wir fangen an mit den Pellets bzw. den Dart-Munitionen. Und hier haben wir 8,5 Millimeter Buckshot Magnum mit 50 Schaden. Ist so die beste Buckshot-Munition eben, wenn wir auf eben Legmeter gehen, also wenn wir auf ungepanzerte Körperteile schießen. Wenn wir allerdings auf die Brust schießen wollen und unser Gegner hat eine Armor an, dann ist da eben Flechette eben die beste Munition. Denn die hat zwar nur 25 Schaden, aber dafür 31 Pen Value und 26 Armor Damage. Mit 8 Darts sind das dann 200 Armor Damage sozusagen mal gerundet pro Schuss. Hier ist aber das Problem, dass es eben keine Slug ist. Und wenn wir weiter als 15 oder 20 Meter von unserem Gegner entfernt stehen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle 8 dieser Darts eben auf die Stelle treffen, auf die wir zielen. Und da fällt dann die Munition sehr stark ab. Dafür haben wir aber dann für die weiteren Engagements, sozusagen für die weiteren Distanzen, haben wir dann aber die Slug-Munition. Wenn wir hier auf Legmeter gehen wollen, dann ist Rip Slug auf jeden Fall die beste Variante mit 265 Schaden, mit einem einzigen Schuss. Oder dann eben, wenn wir auf Entfernung gehen, haben wir die 50er BMG ebenfalls noch sehr, sehr gut. Und die beste von allem ist die AP20 Slug, die mit 164 Schaden und 37 Penetration daherkommen. Damit kommen wir ziemlich schnell durch Level 4 Rüstungen durch. Level 5er dauert ein bisschen länger, aber dafür können wir mit AP20 Slug auch ohne Probleme jemandem mal aus 200 Meter einen Headshot mit einer Shotgun geben. Und das ist schon sehr, sehr, sehr geil, wie ich finde. Und dann kommen wir als nächstes zur 20 Gauge. Das ist die Tots. Eine sehr belächelte Waffe und das auch zu Recht, denn die Waffe ist absoluter Shit. Hier spielt eh keiner die Waffe, aber wenn ihr es mal gehört haben wollt, die Devastator Slug ist mit 198 Schaden die beste, was Legmeter angeht. Und die Poleva 6u Slug ist die beste, was Armor Penetration angeht. Aber hier habt ihr bereits extreme Probleme, durch eine Level 3 Armor durchzukommen. Das bedeutet, durch ein Face Shield durchzukommen, ist hier schon extrem schwer. 23x75 Millimeter. KS23, das wohl schlimmste Kaliber in ganz Tarkov und mit auch das Lustigste in meinen Augen. Geht aktuell nur in die KS23 rein, gibt es verschiedene Rounds. Es gibt einmal die Star Flashbang Slug. Das ist einfach eine Flash Munition. Die macht keinen Schaden, sondern blendet einfach nur eure Gegner. Und die ist ziemlich, ziemlich witzig. Da kann man ziemlich witzige Sachen mitmachen. Ansonsten, wenn ihr die KS23 spielen wollt, dann spielt Schrapnel 10 und schießt damit auf die Füße. Denn ein Schuss aus weniger als 10 Metern Entfernung in die Füße ist tödlich mit der KS23, mit Schrapnel 10. Das sind nämlich 87 Schaden mit 8 Pellets. Und wenn wir jetzt 8x90 rechnen, dann kommen wir auf 72. Und 720 Schaden ist tödlich. Absolut tödlich. Wenn ihr allerdings ein bisschen weiter schießen wollt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit mit der Barricade Slug, die nämlich 192 Schaden macht und 39 Penetration hat. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Da kommen wir ohne Probleme durch eine Level-4er-Rüstung durch. Der Level-5 und Level-6 dauert ein bisschen, aber wir kommen damit durch Level-4-Rüstung durch. Und das ist wohl das größte verfügbare Armor-Level, was aktuell in Tarkov rumlaufen wird. An sich auch eine sehr gute Munition. Hat man so gar nicht auf dem Schirm. Aber Barricade Slug, wenn man sich die Stats anschaut, sieht ganz gut aus. Dann kommen wir zu 9x18. Das ist das russische bezüglich Pistolen. Und hier haben wir eigentlich nur PP-BM mit 40 Schaden, 28 Penetrationen, die man halbwegs spielen kann. Ist jetzt nicht so geil. Kann man vernachlässigen, solltet ihr auch nicht spielen. 762x25 Millimeter. Das geht in die TT-Pistole rein. Hier ist das beste PST-GZH mit 50 Schaden und 25 Penetrationen. Kommen wir auch durch nichts durch. Level-3-Armor wird schon ein extremer Kampf. Aber wer unbedingt eine TT spielen will, PST-GZH ist da eure Wahl. 9x19 Millimeter, das klassische 9-Millimeter-Kaliber. Hier haben wir mit PST-GZH die wohl meist verfügbare, mit 54 Damage und 20 Penetrationen, haben wir ebenfalls keine Chance, durch eine Level-3-Rüstung durchzukommen. Die besten wären hier PBB, das ehemalige 7N31-Kaliber mit 52 und 39 Penetrationen. Oder AP-63 mit 52 Schaden und nur 30 Penetrationen. Klingt jetzt nicht so ganz geil, aber wenn man jetzt zum Beispiel in einer Vektor spielt, die eine extrem hohe Feuerrate hat, dann kommt man mit AP-63 schon ganz locker durch eine Level-4-Rüstung durch. Durch eine Level-5-Rüstung mit AP-63. Viel, viel Spaß. Das wird lange, lange dauern. Wenn ihr denn unbedingt Legmeter spielen wollt, dann habt ihr hier in 9x19 sogar zwei Optionen, die sehr viable sind, also sehr gut funktionieren können. Das ist einmal die 9x19-Rip-Munition mit 102 Schaden, die knallt ordentlich, ordentlich rein. Auf der Ammo-Chart steht zum Beispiel, dass sie 100% Fragmentierungschance hat. Ist aber falsch. Eine Ammo unter 20 Pen-Value kann nicht fragmentieren. Das geht nicht. Keine Ahnung, wieso da 100% steht oder auch in-game 100% steht. Es funktioniert einfach nicht. Dann gibt es noch die Quakemaker 9x19 mit 85 Schaden. Die geht ebenfalls ordentlich fit rein in die Füße. Aber ja, wie gesagt, ich würde euch abraten von Legmeter. Aber wenn ihr es unbedingt machen wollt, dann viel Spaß damit. Mit 45er fangen wir auch direkt mit der Legmeter an. 45er ACP bietet sich hier auch wieder die RIP-Munition an. Allgemein, wenn eine Munition RIP-Munition heißt, dann ist es immer Legmeter-Munition. Die RIP-Munition kommt hier mit 137 Schaden daher. Hydroshock können wir ebenfalls noch spielen mit 105 Schaden. Allerdings würde ich euch davon abraten. Denn ACP-AP ist eine super, super Munition. Gerade für die 45er Vektor mit 70 Schaden und 38 Penetrationen. Und wer sehr schnell durch eine Level-4-Rüstung durch und dann auch durch eine Level-5er-Rüstung nach zumindest meinem ganzen Magazin. 9x21 Millimeter ist die Munition, die die Schrimp verschießt. Das ist das 5-7-Pendant sozusagen der Russen. Und hier bietet sich an, die BT-Tracer-Munition zu spielen. Mit 63 Schaden und 39 Penetrationen kommen wir hier recht schnell durch eine Level-4-Rüstung durch. Können also Headshots durch Face-Shielde schaffen. Und dann kommen wir auch direkt zur 5-7-Munition mit 5,7x28 Millimeter. Hier haben wir den Vorteil, dass wir SB-193 die zweitbeste Munition unlimitiert von Peacekeeper kaufen können. Und das macht dieses Kaliber sehr, sehr stark. Die SB-193 hat zum Beispiel noch minus 24% Recoil drauf. Denn das ist eine Unterscheid-Munition. Und damit ist die P90 ein absoluter Laser. Lässt sich absolut geil spielen. Macht mega, mega Spaß. Und die SB-193 hat 54 Schaden und 35 Penetrationen und kommt somit auch ganz gut durch mit der Rate of Fire, die die P90 denn hat. Wenn ihr komplett Meta unterwegs sein wollt, dann müsst ihr hier die SS-190 spielen. Die hat nur 49 Schaden, dafür aber 37 Penetrationen. Also ihr seht schon, es sind nur zwei Penetrationen. Unterschied zwischen SB-193 oder der SS-190. Dementsprechend würde ich persönlich immer zur SB-193 greifen, wenn ich denn Indoor unterwegs bin. Und wenn ich Outdoor unterwegs bin, also wenn die Distanz mal ein bisschen länger wird, dann eher zur SS-190. Aufgrund des Damage- und Bullet-Drop-Offs, also wie die Kugel runterfällt und wie weniger Schaden sie macht, aufgrund ihrer längeren Flugbahn. Das ist nämlich bei Unterscheid-Munitionen extrem. Deswegen Indoor, SB-193, Outdoor, SS-190. Nur zu empfehlen. 4,6 x 30 Millimeter. Das ist das Kaliber, das nur die MP7 verschießt in Escape from Tarkov. Und hier haben wir von vier Munitionsarten drei gute Optionen, wenn man so sehen möchte. Wir haben Subsonic SX als Budget-Munition, die mit ihren 45 Schaden und 36 Penetrationen gerade noch diese 36 Penetrationen hat, die ich immer ganz gerne als Breaking Point nehme, damit eine Munition gut sein kann. Kommen wir hier auch locker durch eine Level-4-Rüstung durch, nach den ersten Schüssen. Und ja. Full Metal Jacket SX könnt ihr euch dann bei Peacekeeper Level 3 kaufen. Die ist dann schon ein bisschen besser. Die hat nur noch 43 Schaden, aber dafür 40 Penetrationen und kommt absolut ohne Probleme durch eine Level-4-Rüstung durch. Dementsprechend dann auch schneller durch Level 5 und Level 6. Und die beste Munition, die sie aber nicht mehr beim Händler kaufen kann und auch nicht auf dem Flohmarkt zum Beispiel, ist die APSX. Und die hat 35 Schaden, aber 53 Penetrationen. Die geht nahezu durch alles durch wie Butter, außer Level 6 Armor. Da braucht es aber auch nur zwei oder drei Schuss und dann sind wir da ebenfalls durch. Mega, mega gute Munition, aber eben sau, sau selten. Dann kommen wir zu 9x39 Millimeter. Das ist das Unterschallkaliber der AS-Wahl oder der VSS zum Beispiel. Und hier schon mal die Betonung, es ist Unterschall. Also wenn ihr mit der VSS auf 200 Meter jemandem Headshot geben müsst, dann müsst ihr ungefähr auf den Pluto zielen, damit er da überhaupt auf seinen Kopf kommt. Auch hier ist es so, dass wir aufgrund der hohen Feuerrate der Waffe selbst mit der schlechtesten Munition mit SP5 und einem 30er Magazin ohne Probleme durch 6er Rüstungen durchkommen würden. Allerdings, wenn zwei Leute vor euch stehen, solltet ihr auf jeden Fall zu besseren Munitionen greifen. Und hier geht es los ab der PA-B9 mit 62 Damage und 48 Penetrationen, dann SPP mit 64 Schaden und 50 Penetrationen oder dann BP mit 60 und 55. Allerdings bei der BP zum Beispiel hat sie einen extrem hohen Recoil-Malus. Das bedeutet, dass die Waffe mehr Recoil bekommt, mehr Rückstoß bekommt und damit schlechter zu kontrollieren ist. Dementsprechend würde ich zum SPP greifen oder PA-B9. Dann 3,66er. Das Zivilkaliber hat eine sehr, sehr geile Munitionsart. Alle anderen sind Trash. Es gibt insgesamt vier Stück. Einer davon ist gut. Und das ist die AP-366er. Die hat nämlich 90 Schaden und 42 Penetrationen. Wenn wir mit dieser Waffe auf jemanden schießen, der eine Level-4-Rüstung anhat, auf den Thorax, dann ist er nach einem Schuss sofort tot. Problematisch ist nur der Damage-Drop-Off beziehungsweise der allgemeine Trajectory der Kugel eben, dass sie sehr schnell Richtung Boden fällt, ist ein bisschen problematisch. Auch der große Recoil dieser Waffen ist sehr problematisch. Allerdings immer mal wieder spaßig, damit eine VPO oder sowas zu spielen. 366er AP, definitive Empfehlung, hat One-Shot-Potenzial auf die Brust. Dann kommen wir jetzt endlich mal zu einem anständigen Kaliber beziehungsweise an die größeren Waffen sozusagen. Und zwar haben wir hier 5,45 mal 39. Das ist das russische Sturmgewehrkaliber und hier scheiden sich die Geister. Viele Leute sagen, oh, spiel das, spiel das, spiel das. Wenn ihr anfangt und ihr habt noch keine Munition freigeschaltet, dann müsst ihr Tracer spielen, also T. Ihr kommt mit 57 Schaden daher und 20 Penetrationen. Ihr habt extreme Probleme da, durch eine Level-3er Armour durchzukommen. Aber viel Auswahl habt ihr nicht. Dann, wenn ihr PS freigeschalten habt, 5,45 PS, dann spielt ihr das mit 50 Schaden und 27 Penetrationen. Kommen wir hier schon nahezu locker durch eine Level-3er Rüstung durch. Es wird also langsam. Und dann irgendwann haben wir Prepper Level 3, dann können wir uns BP kaufen. BP kommt mit 49 Schaden, 35 Penetrationen daher. Schon mal eine sehr, sehr gute Mittelklasse-Munition. Dann auch BT, die etwas bessere. Dafür allerdings Tracer mit 49 Schaden und 35 Penetrationen. Und dann kommen wir eben zu den drei absoluten Top-Munitionsarten in diesem Kaliber. Und zwar 7N40, BS oder Igollnik. Und hier spielt es tatsächlich keine Rolle, welche dieser drei ihr spielt. Ihr werdet immer beste Ergebnisse einfahren. 7N40 zum Beispiel ein bisschen weniger Penetrationen. Dafür allerdings extrem Minus-Recoil auf der Dingens und auf der Munition und einen hohen Schadenwert eben mit 52. Igollnik hingegen, aber mit 62 Penetrationen. Einfach das Wildeste, was du aus einem Assault-Rifle verschießen kannst. In der Kategorie Assault-Rifle, die man beherrschen kann, wohlgemerkt. Gibt später bei NATO natürlich noch bessere Munitionsarten, aber in einem Assault-Rifle, was man so auch benutzen würde, ist Igollnik einfach die beste Munition, die es gibt. Dann kommen wir zu der NATO-Variante dieser ganzen Sachen. Und zwar zu 5.56x45mm. Und hier haben wir direkt auf Peacekeeper Level 1 die M855 mit 50 Schaden und 28 Penetrationen. Kommt recht schnell durch eine Level 3er Rüstung durch. Dann allerdings ein kleiner Drop-Off Level 4 eher schon problematisch. Allerdings ist M855 direkt von Anfang an verfügbar. Und tatsächlich eine ganz gute Munition für den Anfang. Also ich würde lieber eine 5.56er-Waffe spielen am Anfang, als ich denn eine AK spiele, bevor ich dann PS freigeschaltet habe zum Beispiel. Dann weiter geht's mit M856A1. Tracer-Munition lässt sich auch recht schnell freispielen, wenn ihr The Cult Part 1 macht bei Peacekeeper. Dann habt ihr die freigespielt. Ist Tracer-Munition mit 51 Schaden und 37 Penetrationen. Kommt super locker durch eine Level 4er Rüstung durch. Und recht schnell auch durch eine Level 5er Rüstung. Und dann kommen wir schon in den Meta-Bereich mit M855A1 und mit M995. Wieso würde ich euch persönlich jetzt eher empfehlen, M855A1 zu spielen, als M995 oder SSA-AP tatsächlich? Hier ist nämlich der Fall, dass wir sehen, dass eine M855A1 46 Schaden hat und eine M995 zum Beispiel nur 40 oder eben 36 bei der SSA-AP. Wenn wir 46 mal 2 rechnen, dann kommen wir hier auf 92 Schaden, die wir machen mit 2 Schuss. Und wenn wir direkt durch die Rüstung durchkommen, dann wird da auch nichts mehr abgezogen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Dementsprechend bedeutet das, dass wir jemanden auf Brust mit 2 Schuss töten können, während wir hingegen zum Beispiel bei M995 oder SSA-AP 3 Schuss brauchen, bis der Gegner dann stirbt. Allerdings ist M995 und SSA-AP natürlich verlässlicher, weil sie halt einfach durch eine Level 6er Rüstung viel schneller durchkommen, beziehungsweise in dem Fall auch durch eine Level 5er Rüstung schneller durchkommen. Also M995 würde ich euch noch empfehlen. SSA-AP ist sowieso Quatsch. Könnt ihr nicht kaufen, könnt ihr nur finden. Werdet ihr nicht mehr als 10 Schuss in eurer Stash liegen haben wahrscheinlich. Dementsprechend das Beste natürlich M995. Das ist einfach das Verlässlichste. Aber M855A1 geht auch super, super gut und lässt sich super leicht kaufen bei Skia Level 4 zum Beispiel für einen sehr, sehr günstigen Preis um die 400 Rubel für 90 Schuss pro Reset, was ich sehr, sehr geil finde. Dann kommen wir zum 762 x 39 mm. Das ist das russische Kaliber. Und hier gleich mal von weg. Dieses Kaliber ist diesen Wipe absolut busted und wird alle Meta-Charts dominieren. Bin ich mir 100%ig sicher. Es ist einfach nur lächerlich. Hier wird sich wahrscheinlich BSG gedacht haben, okay, wir hatten jetzt die letzten 20 Vipes, hatten wir sozusagen NATO-Meter und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier was aufdrehen. Es kamen sauviele neue Attachments dazu für die AK-Varianten eben und die Munition war vorher schon gut und sie ist auch gut geblieben. Deswegen schauen wir uns mal an. Wir haben als Anfangsmunition PS-Munition können wir uns direkt am Anfang beim Händler kaufen. 57 Schaden, 32 Penetrationen, Easy durch Level 3 Rüstung, Schnell durch Level 4 Rüstung und dann eben nach Punisher Part 5 können wir uns bei Prepper Level 3 die 762 x 39 BP Munition kaufen. Und der ganze Spaß hat 58 Schaden und 47 Penetrationen. Wir kommen hier also super schnell durch eine Level 5 Rüstung durch. und können nahezu alles mit zwei Schüssen auf die Brust töten. Mit den 58 Schaden, wenn wir die mal zwei rechnen, sind wir bei 116 Schaden. Und selbst wenn wir beim ersten Schuss nicht die Rüstung komplett penetrieren, also die Rüstung noch einen Teil des Damages abfängt, haben wir immer noch genug Schaden, um mehr als 42,5 Schaden zu machen. Auf einer Level 5 Rüstung zum Beispiel. Auf den Thorax dann, dass wir den Gegner dann mit zwei Schuss töten können. Denn der nächste Schuss, der geht auf jeden Fall durch. und ist dann tödlich. My AP wäre hier natürlich die absolut krasseste Variante, die ihr spielen könnt in 762 x 39. Allerdings könnt ihr die nirgendwo kaufen, könnt ihr nur finden. Ist eine super Munition. 47 x 2 sind 94 Schaden. Das heißt, zwei Schüsse auf die Brust und jeder wäre tot bei den 58 Penetrationen, die sie halt hat. Dementsprechend können wir die außen vor lassen. Wenn ihr sie habt, spielt ihr sie. Ist die beste, die ihr spielen könnt. Ansonsten spielt BP. Ist ebenfalls sehr, 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 sehr stark. Dann kommen wir weiter zu 300er Black. Und zwar haben die eben neue Munitionsarten bekommen. Das geht. Ist das Sig MCX Kaliber. Ebenfalls ein NATO Kaliber also. Und hier haben wir einige neue Munitionsarten bekommen. Allerdings ist auch die eher problematisch. Wir können M62 Tracer spielen. Das ist nicht die M62, die ihr vorher schon kanntet von 762 x 51, sondern die 300er M62 ist das. Sie hat 54 Schaden, 34 Penetrationen, kommen damit recht schnell durch eine Level 4 Rüstung durch und dann auch recht schnell durch eine Level 5 Rüstung. Empfehlenswert wäre aber wahrscheinlich die AP Munition zu spielen mit 55 Schaden und 44 Penetrationen. Hier ist aber das Problem, dass wir halt zwischen den beiden einen extremen Recoil Unterschied haben, dass sich das dann am Ende des Tages in gewisser Weise ausgleicht. Müsst ihr für euch selber rausfinden, was für euch am besten funktioniert. Ich persönlich werde AP spielen. Nico, also Tutwister zum Beispiel, ist ein Riesenfreund der M62 aufgrund des Recoil Vorteils eben. Dann gehen wir weiter zum nächsten NATO-Kaliber und zwar 762 x 51 Millimeter, auch 308er genannt. Solltet ihr das mal irgendwo lesen. Das ist das 308er Kaliber. Hier haben wir M80 direkt vom Händler am Anfang. Geht butterweich bis Level 4 durch. Level 5 auch fast schnell penetriert. Dann mit 80 und 41 eben. M62 ein Damage weniger, drei Penetrationen mehr. Finde ich absolut das Geld nicht wert. Ich würde M80 spielen oder eben M61 mit 70 zu 64. M61 geht doch alles butterweich durch. Da gibt es kein Halten mehr. Und wenn ihr denn snipen wollt auf höhere Distanzen, dann kann ich euch noch M993 empfehlen. In der M700 zum Beispiel mit 67 Schaden und 70 Penetrationen. Allerdings einer viel schnelleren Mündungsgeschwindigkeit und somit viel weniger Drop-Off. Und wir müssen nicht so weit vorziehen. Wir können unsere Shots einfach viel leichter treffen. Deswegen M993 in M1A oder sowas zu laden, ist Quatsch. Da reicht auch M61 als absolute Meta-Munition. Dann das gleiche Kaliber, nur in russischer Version, ist 762x54R. Und hier haben wir einmal die PS-Munition mit 86 Schaden und 45 Penetrationen. Das heißt, wir kommen noch Level-4er-Rüstungen easy durch. Und dank der 86 Schaden können wir auch einen Thorax-One-Shot eben gegen Level-4er-Rüstungen machen. Deswegen spiele ich persönlich am liebsten PS-Munition, um eben Level-4er-Rüstungen oder eben darunter auf die Brust zu one-shotten. Könnte aber auch dann ins höhere Kaliber gehen, in die stärkeren Munitionsarten. Und da seid ihr dann mit BT, SNB oder BS eben super, super bedient. SNB selber könnt ihr euch vom Händler kaufen, die anderen beiden, soweit ich jetzt im Kopf habe, nicht. Aber SNB selbst schon mit 75 Schaden und 62 Penetrationen kommt doch alles durch. Gibt's keine Diskussion, da gibt's keinen Widerstand dafür. Funktioniert einmal frei. 12,7x55mm, das ist das Kaliber der Ash 12 und ist absolut Trash. Wenn ihr hier was spielen wollt, dann ist es PS-12B mit 102 Schaden und 46 Penetrationen. Kommen wir hier super schnell durch eine Level-4er durch, also sofort und auch super schnell durch eine Level-5er nach dem zweiten, dritten Schuss bereits penetriert. Die Waffe hat so viel Recoil, dass es nicht mehr feierlich ist. Ist eine witzige Waffe, klingt mega, mega geil. Einer der besten Sounds in-Game. Aber brauchbar ist hier einfach wirklich nur PS-12B, wenn ihr sie denn unbedingt spielen wollt. 3-3-8er Lapua Magnum, das fetteste Kaliber, das wir denn in-Game haben. Denn hier haben wir zwei Munitionsarten. Einmal die Full Metal Jacket mit 122 Schaden und 47 Penetrationen. Kommen wir hier auch sehr schnell durch Level-5er Rüstungen durch, meistens auch schon auf den ersten Schuss und töten damit dann ebenfalls auf Brust. Mit der AP-Munition, die 115 Schaden und 79 Penetrationen hat, können wir tatsächlich dreieinhalb Leute hintereinander, die eine Slick-Gewäste anhaben, mit einem Schuss töten. Das heißt, drei Leute sind tot und der letzte, der in dieser Reihe steht, hat noch Hälfte an Hitpoints auf seinem Thorax. Es ist absolut wild. Diese Munition geht doch alles durch wie Butter. Es ist einfach nur, wenn ihr Unreal Tournament Insta-Gip gespielt habt, so funktioniert diese AP-Munition für Lapua. Es ist absolut, absolut wild. Dann haben wir noch Mounted Weapons, die könnt ihr euch dann gerne in der Ammo-Chart anschauen, welche denn da die beste Munition ist und sowas. Da wünsche ich euch viel Spaß, aber die tötet eh alles One-Shot von dem Sinn. Braucht ihr da gar nicht hinschauen. Das soll es gewesen sein vom Munitions-Guide für 12.12. Ich hoffe, ich konnte es euch näher bringen und ich hoffe, ihr habt auch in etwa verstanden, auf was es denn ankommt bei einer Munition. Nochmal kurz, too long, didn't read praktisch. Penetration größer Schaden, ab einem gewissen Punkt Schaden größer Penetration. Allerdings schauen wir in allererster Linie auf die Penetration eben. Alles andere spielt keine Rolle. Fragmentierung, Chance und sowas absolut uninteressant. Absolut uninteressant. Zeige euch, wie es ist. Aber ja, sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Meier. Ciao, ciao.